Nach Frankfurt ist vor Frankfurt. Das erste Spiel gegen die Eintracht haben Jürgen Klopp und Co. bestens überstanden. Am Wochenende folgt das zweite. Aber das gleiche Spiel wie im Pokal erwartet er nicht. Wir wissen, was wir wieder auf den Platz bringen wollen. Und wir wissen auch, wie ein veränderter Plan aussieht von uns. Ein veränderter Plan, wie der aussehen könnte für das Heimspiel. Das hängt auch stark mit der Aufstellung des Gegners zusammen, weil die Mannschaft von Eintracht Frankfurt war sehr groß. Am Dienstag, ich glaube sechs Mann, über 1,90 Euro, habe ich ganz selten gesehen. Das hat natürlich bei Standardstationen extreme Konzentrationen eingefordert. Aber ansonsten ist es schon auch so, dass diese Jungs, ich bin ja selber relativ groß und weiß, dass es uns leichter fällt, was aus dem Küchenschrank zu holen. Aber alles andere ist dann auch, es gibt Menschen, die beweglicher sind und das verändert das Spiel. Ein erneuter Sieg würde den jüngsten Aufwärtstrend der Dortmunder jedenfalls bestätigen. Schon gegen Braunschweig und in Frankfurt zeigte die Mannschaft, dass sie auch enge Spiele wieder gewinnen kann. Prompt wird daher schon vom Traumfinale gegen Bayern gesprochen, aber nicht in Dortmund. Das Heimspiel gegen Wolfsburg ist natürlich alles in Ordnung. Ein großer Fehler, der dann natürlich relativ schnell gemacht wird. Also dass da viele Menschen irgendwie denken, das ist das, also das Finale ist ja tatsächlich möglich, das für ein 2-12. Aber, ja, wo ist es ja nicht irgendwie, sondern sind ja da vollkommen zurecht. Obwohl, ja, gestern ein bisschen Glück gehabt vielleicht, aber es ist einfach eine starke Mannschaft und da muss man an dem Tag, wenn es dann soweit ist, ist ja noch ein bisschen hin, eben alles abrufen. Mitte April könnte auch Ilkay Gündogan wieder da sein. Aber sein Rückennerv ist weiterhin entzündet. Mittlerweile seit einem halben Jahr. Seine Rückkehr verschiebt sich also weiter. Ein entzündeter Nerv ist keine Katastrophe, aber das braucht Zeit. Und die Zeit, daran haben wir uns gewöhnt, müssen wir der Sache geben. Also da können wir gar kein, durch nichts, was ich sagen könnte, könnte ich da Druck reinbringen. Da habe ich auch nicht vor. Und dann, wir alle haben uns an den Gedanken gewöhnt, dass es einfach dauert, solange es dauert. Und wir da wirklich nicht die Tage zählen können. Klopp gibt sich äußerst gelassen. Er weiß, dass es momentan auch ohne Gündogan funktioniert.